Einmal bitte alle zuhören! Man muss ein bisschen da... Den kläfft doch einfach rauf! Er hängt mich fest! Los, hier kommt alles! Jawoll! Alter, Shorty, what the... Carry me. Mach voll, mach echt. I believe in you. Damn Shorty! Damn Shorty! Oh, er ist irgendwo hier, Klaus! Er ist irgendwo Klaus! Haha, ich weiß nicht wo! Get him! Ich hab... Jawoll! Wuhu! Da geht's! It's your birthday! Okay, okay, okay. Wir werden das jetzt mal machen. Ich stoppe die Zeit. Und wir werden uns jetzt die ganze Zeit unterhalten. Und der, der als erstes ab jetzt ein englisches Wort sagt, muss ein Abonnent giften. Auf diesem Kanal. Darf ich schon mal kurz was anmerken? Du hast grad schon giften gesagt. Ja. Ach, Mann! Ab jetzt, also... Ah! Ich mein natürlich ab jetzt, aber ich sag... Stopp! Ja. Wie hart willst du es verkacken? Ja. Okay. Also, der Tag... Es ist einfach nicht möglich! Oh. Jo. Hab keinen mehr gesehen. Links. Keinen mehr gesehen. Nein. Ja! Ich hab niemanden gesehen! Nein! Der nächste Spanner. Ein Gegner übrig. Hold it. Nice. Auf Seil? Ein Gegner übrig. So. Mann! 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 Die sind da. Den klefft doch einfach rauf! Ja, du musst deine Wanda wegnehmen. Okay. Was tu ich mir eigentlich an? Ähm, Race is close long. Dead is low. Letzter lebender Verbündeter. Werde wieder stoppen. What a shot! Nein! Das geht aber auch heute einfach alles rein. Nevermind! Nevermind! What the fuck? Who the fuck are you, bro? Who the fuck are you, bro? Einer Lamps. Einer Cubby. Nice. Nice! Auf geht's! Einer Cubby, recht. L drin, glaube ich. Einer Cubby. Einer Cubby! Einer Cubby! Einer Cubby! Einer Cubby! Einer Cubby! Spike down! Meine Rolle ist weg. In der Ombau. Das sind zwei Kalken. Die kommen zurück von lang. Ja, habe ich sie gesehen. Drei Leute da, noch zwei. Beide da. Ich bleibe auch noch nicht junger. Ich nehme die Position an. Hat den Spike. Hat den Spike. Nein! Let's go! Chrysler, erzähl mal einen Witz. Nächste gewinnt Pummelparty. Einmal bitte alle zuhören. Ich möchte gerne noch einmal zu euch sprechen. Okay. Ich habe darin noch nicht so eine gute Erfahrung. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht. Deswegen bin ich gerade auch ein bisschen nervös. Aber ich wollte an euch, also wirklich an jeden Einzelnen, der gerade mit dabei ist, noch mal vielen lieben Dank sagen. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Ohne euch hätte ich nicht das erste Mal im Leben Pummelparty gewonnen. So kenne ich den. So kenne ich den nicht. So kenne ich den nicht. So kenne ich den. Oh was? 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 Das kann nicht sein. Eigentlich würde ich dir glauben, aber... Ich kann es jetzt hier auch realen, ne? Also... Ihr habt schon gehofft, ihr kommt jetzt auf mich. Aber das soll ich nur sagen, ne? Das kann nicht sein. Da muss ich vorwärts sein. Also vorwärts ist... Ich kann dir nicht erklären, wie du weißt, wie ich ins Bessel reingelaufen bin. Vielleicht irgendwie higher range oder so. Also entweder ist jetzt schon die... Aber das geht nicht. Das geht nicht. Also ich bin Chester. Ich hab jetzt noch gehofft, dass ich irgendwie... Dass ich mir irgendwie sass machen kann, aber... Also ganz ehrlich, wenn das jetzt verkehrt ist, ich deinstalliere... Among Us... Für immer. Mach das mal. Ich hab einfach jetzt einen Bodyguard bei mir, ist das nice. Ich bin wieder in deinem Gen. Nice Drive, Bro. Ich hab die Karo gemacht. Ähm... Anna. Was? Ja, hab ich doch gesagt! Das ist eben... Und du spielst einfach ganz da vorne. Bitte! Drei Stück einfach. Auf geht's! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hätte einfach fast verpasst! Ich wär zum Tellen gewählt! Ich liebe euch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott!